Hey Leute, hier ist Anzu und ich gehe heute zu einer japanischen Tee-Zeremonie. Jedoch ist das Ganze eine öffentliche Veranstaltung und deswegen weiß ich noch nicht, wie voll es werden wird, beziehungsweise wie das überhaupt abläuft, aber ich habe gedacht, ich nehme die Kamera vorsichtshalber einfach mal mit. Genau, und das geht los! Genau, das wird jedes Mal wieder gereinigt, komplett, also schon am Anfang, bevor es losgeht, auch wieder komplett offen gemacht. Weil wenn der Matschein heute Schale gegeben hat, dann ist er nur die Bremse, das wird wirklich jedes Mal wieder erholt. Das wird jetzt acht Gäste geben, das ist acht Rutschein. Genau, 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 die Menge des Matscheins und die Wasser sie nimmt, das schlägt sie das Weiße aus. Eben nur diese Variante mit dem Kumpel, hier kommen die in das kaltem Wasser und in die Kleinteschirche, das Onkelkuhl. Okay, jetzt nimmst du nur Stoff. Kann ich den schon mit? Ja, super. Wir werden gleich mal kurz aufstehen. Ja, ist okay. Wir werden gleich mal kurz aufstehen. Und die Handbewegung kommt optimal aus. Wir werden sehen hier aber super schön, wie schnell das vor allem geht. Und sie sieht am Ende aus, so eine Schurmscheche, nur so ganz fein, früge, gebündelt. Das ist der geschnechtste Schatz. Das ist aber ruhig. Seht ihr das ganz schön? Wie es aussieht, hört man sich an. Das Deutschefeld ist ein sehr roter Matscher. In Japan befindet sich noch mal Schatz die in Welt. Das hat man ja auch am Schrauben, der steht fein, wo er ist. Schnell, ganz farbe. Oh! Hältst du meine Reihenfolge? Hau, hau, hau. Kannst du nochmal das Wächerchen nehmen? Das wird Krass. Genau, ich suche mal kurz ihr Zuhörer sauber. Und dann würden wir noch mal eine Rose machen. Wer möchte, kann da gerne noch mal ein leeres Wächerchen hat, kann mir das gerne geben, dann entsorbe ich das. Vielen Dank.